Beherzige bitte mal ein Rat und such dir etwas anderes, das dich ausfüllt. Und jetzt schwör ab. Na, mach schon. Du bist ein Idiot, ein Arschloch und ein isches Schwein! Hier ist ja echt mächtig was los. Ich rufe an, weil sie es in die nächste Runde geschafft haben. Und zwar von Music Race. Was? Was sagt sie? Mu. Mu? Aber er ist dein Vater. Supervater, er hat dich sitzen gelassen mit dem Bastard. Weißt du noch, wer ich bin? Nein. Was für ein Arschloch. Vor einem Millionenpublikum. Zeig's ihm. Ich sag dir was, du musst es ihr richtig zeigen. Willst du was sagen? Oder vielleicht singen? Es tut mir leid. Es tut dir leid, dass du mir zum zweiten Mal alle Chancen kaputt machst. Ja, 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 ja! Vielen Dank! Yes, yes, yes!